So, hi Leute, bin willkommen, Sprachfehler, und willkommen zum dritten Part von Let's Play Super Mario Legend C1 State of the Metal Quest. Wir sind im Cooper Lake, wir sind safe, wir machen einen Sicherheits-Safe, habe ich alles ganz vergessen, so. Und gehen dann in das Level, und wenn es ein Wasserlevel ist, ja, ich liebe doch Wasserlevel, wie Oligo weiß. Oh ja, schon allein durch die Anwesenheit von Wasser kriege ich da Panik. Tschack, chip, chip. Der war getarnt, unfair. Tarn-Modul. Okay, noch einmal. Äh, Pils. Da, Shell. 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 I just need the shell, und was ist das für eine kranke Laufbahn, was das schwarze Teil da hat, wie auch immer es heißt. Ach, es heißt irgendwas mit Fuzzy-Buck. Weg mit dir, so. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Weg mit dir. What the hell, wie soll man das ohne Peace-Wid schaffen? Na gut, das geht sogar. So. Äh. Loll. Atom-Roffel. So. Jetzt hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann gucken, ob man hier rein kann. Ich habe mich entschlossen, jetzt ohne Save-States, also außer am Anfang und am Ende jedes Levels zu spielen, weil ich habe das Gefühl, dass es nur im ersten Level so ein bisschen geglitscht hat. So. So. Und das kann ja mal bei jedem Heck vorkommen. Blauer Cooper. Weg mit dir. Und mit der Shell natürlich auch gleich. Ähm. Kann man da runter? Ich weiß es nicht. Ja, man kann runter. So. Gibt es da auch noch irgendwas Besonderes? Nein. Also gehen wir ja ganz schnell wieder weg. Weil. Was war das? Hä? Check ich nicht. Egal. Ich habe ja gesagt, ohne Save-States. Zumindest bis wieder so ein krankes Level wieder jetzt. Also krank war es jetzt, aber das Spiel war schon ganz schön. Eber Heckersteller. Ein Mittelpunkt wäre ganz gut gewesen, wenn du ihn noch reingebaut hättest. Dich sehe ich diesmal. Dann nehme ich dich. Dann gehe ich hier durch. Und zack. Einmal aus und runter. Dann hier drauf. Dann hier einmal drauf. Warten. 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 Zack. 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 Feder. Feder. Jawohl. Und. Uah. Und. So. Da hoch. Hier hoch. Timer vergessen. Ähm. Stell ich ihn mal auf 13 Minuten sowas. Weil ich ja nicht weiß. Kann ich da rein? Ach, ist nur Wasser. Wieso? Was sucht der Cooper unter Wasser? War es nicht so klar? Okay. Okay. Ähm. 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 Ich konnte mich nicht entscheiden. Nächstes. Ähm. Zack. Zack. Weiter geht's. Zack. Nehmen wir wieder den Pilz. Äh. Oh nein. Vielleicht. Wie wäre es, wenn ich einfach mal der Hund durchtauchen würde? Ähm. Ähm. So. Charles. Können ich ihn auch nennen. So. Zack. Und. Was mache ich jetzt mit der Shell? Äh. Ich geh mal hier. Mann. So kleinigkeiten. So kleinigkeiten, so ganz kleine Treats hätte man noch einbauen können, dass man gerade auslaufen kann. Siehe, das ist nur ganz normale Mario. Da kann man in der einen Burg einfach gerade auslaufen und dieser Zerstand vertrifft einen nicht. Okay. Naja. Okay. Man kann es ja nicht nebenrecht machen. Aus dem ist es ein Hack und das soll ja ein bisschen schwerer sein. Oder es soll einfach nur anders sein. Aber zum Teil soll es auch schwerer sein. So. Da war wieder Pilz. Safe Nochmal Ja. Und jetzt. Zack. Zack. Und Notenblock. Nein. Und tail verloren. Und nochmal. Und. verdammt warum habe ich gesaved ist so ein reflex keine ahnung ich werde ihn nicht loben ganz ganz entsprochen leute blaue shell meine shell darum will ich drauf da will ich weiter und da will ich jetzt hoch und unbeschadet drüber das würde mich nicht gegönnt so jetzt aber nein leute noch mal da 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 die prozedur kenne ich jetzt mittlerweile auswendig und ich mache immer noch ein fehler abgeworfen grüne schellen holen leben verlieren noch mal cooper lake 1 die namen sind auch so wirklich so sind extra mit namen versehen damit man war er mit nummern versehen damit man weiß da kommt noch was sei nur nicht so froh dass jetzt der erste cooke hoffentlich bald zu ende ist aber wenigstens ist das nicht ein reines wasserlevel ich kann nämlich nur reine wasserleifel nicht ausstehen so ein bisschen wasser kann ich ganz gern ab so jetzt aber es muss jetzt funktionieren in einem run pilz pilz kommt da raus wie ich weiß darüber da blaue shell holen die brauche ich nämlich gleich oder safe state load verdammt ich habe da gar kein safe state drin gemacht das war unfair das war richtig unfair bei so was wenn es sich verglitscht dann lade ich grundsätzlich den safe state neu weil das ist das ziehe ich jetzt nicht ein das hat jetzt zu nix gebracht weil keine ahnung der safe state gar nicht da vorhanden war load das war jetzt die entschuldigung für den glitch so fertig ja so bin ich halt ich bin nachtragend so nachträglich ver Brian alle über alle über die verdammt döner ausal virtuellen man minding da stauscheln holen und jetzt machen es eher wie wenn ich es gleich noch mal weggeglitscht werden wäre das not hast du diese stelle ich habe eine idee verdammte geht ja nicht zurück jawoll ok jetzt hier hoch nehmen und ja endlich nein 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 was soll der mist muss der mini spin-jumps machen oder was dann will ich oben nicht drankommen doch noch mal rote shell holen keine ahnung grüne shell holen zwei grüne schilds kaputt machen das teil in die wand glitschen ok es glitscht schon aber nicht mehr so arg und dafür bin ich sehr dankbar und erst teil kam es so nicht so wie es normalerweise kommt deswegen ja wurscht gleich wie das leben verloren ist mir jetzt egal sagt glaube schnell holen safe damit ich nicht weg glitscht werde dann einmal hier jumpen dann einmal hier jumpen nein krank sind nicht krank aber ich wusste mich ganz gut konzentrieren runter kommt da irgendwas nein ich kann da rechts oder mittelpunkt herersteller mittelpunkt ist gut so gehe ich mal hier hin wieder sein ja endlich der ideal pilz blaue shell jump rote shell blaue shell mit roter shell kaputt machen und rote shell nehmen und die rote shell wegwerfen naja das ist doch schön äh you have already cleared you can return to the map is ok aha hä muss ich jetzt nicht checken hä und warum ist da wasser hä 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 ich check es nicht wieso fliegt ein cooper durchs wasser äh ja ist egal jetzt zack rote shell und wieder ein pilz im vorrat und jetzt zack und noch eine rote shell und ich hätte noch eine rote shell nehmen können jetzt habe ich beide kaputt gemacht weil ich einen koopa wollte und den auf den anderen werfen mal live 6 1 er ist selbst ein und dann jetzt gleich noch 10 1 von dann hafte es die sache auf 6 1 2 1 und auf 7 0 wieder ein-2 x castle ist kassen was soll der mehr das war jetzt nicht so intelligent was muss ich überhaupt machen oh nein ich brauche wahrscheinlich eine fehler gut hoffentlich hoffentlich bräuchten fehler ok leute laut das verstehe ich nicht dass das muss jetzt erst mal checken ach ich brauche die gelbe schelle ich brauche sie damit ich dadurch komme oder was okay dass man jetzt kurz checken und vor allem muss ich darf ich nicht vorher die so nein load noch mal da bin ich jetzt ach verdammt das da bin ich jetzt wirklich uneinsichtig ja ich hab die shell ich brauche die shell nochmal naja egal ok dann gehe ich da kommt ja noch ein zweiter hua hua ok leute sorry für den safe state aber das war jetzt unerwartet und unnötig und minzen und bitte irgendwas anders aus einer münze das heißt jetzt nicht nur alle minzen oder was natürlich sind es nur minzen was habe ich mir nur gedacht was das für ein piece so nachdem ich jetzt weiß machen wir keinen selbst den zack pils pils hä ach man kann hier rein ja ach die gehen ja nicht kaputt verdammt ich hab's vergessen egal knochen trocken noch einer ketten so habe ich den timer gestellt sagt jetzt bitte ja ja ich hab ihn gestellt gut dann ist alles gerettet so ähm ähm so und jetzt da oben drauf und dann hier und dann zack und gut verdammt keiner egal da nehme ich doch lieber noch ein pils so reingehen what the hell ok what the custom boost ok das kassel ist doch mal lustig auch ein schicke verlierender und mein leben bevor ich meine feuerblumen kriegen würde verdammt jetzt ring so run ok kann ich da rein da muss ich rüber kann ich da rein da muss ich rüber